Hi Freunde und in diesem Video zeige ich euch wie ihr an die Opale Blasenträne rankommt. Das ist die Blasenträne die euch ein zusätzliches Schutzschild für einen Schlag gewährt. Ist ganz nützlich, ist auch heiß begehrt in dem Game. Kann ich auch gut nachvollziehen, weil euch das ein Freiparry verschafft so gesehen. Und deswegen holen wir uns die mal. Da haben wir ihn auch schon. Für den brauchen wir auch nicht viel. Ich glaube den kriegen wir auch so down. Der ist im Gegensatz für uns ganz schön low level. Also Attacke. Oho, kassiert der im Dämmel. Und weg ist er. Und da haben wir sie auch schon. Und purpurrote Bruchkistallträne kriegen wir auch noch dazu. Very nice. Ich zeige euch noch mal kurz die Location. Hier am niederen Erdenbaum von der Pilger. Hört ihr aus. Einfach geradeaus. Und da findet ihr schon den Avatar des Erdenbaums. Grün die Blätten. Und kriegt Jopal eine Blasenträne. Wenn euch das Video geholfen hat, würde ich mich sehr über ein Abo nach oben. Über ein Abo freuen. Über einen Daumen nach oben. Ist natürlich beides selbstverständlich kostenlos. Bis dahin. Haut rein.